Herzlich Willkommen bei Reise durch die Geschichte. Ich bin Valerie und unser heutiges Thema ist alles, was mit Hexen zu tun hat. Also Hexenprozesse, Hexenkinder und vieles mehr. Also verlieren wir keine Zeit und ich steige jetzt in meine Zeitmaschine und gebe das Jahr 2000 an und den Ort Nigeria. Also bis gleich! Ich bin jetzt in Nigeria gelandet und vielleicht fragt ihr euch, warum wir in Nigeria sind. Also hier ist im Jahr, in dem wir uns gerade befinden, ein Kinderwahn ausgebrochen, auch genannt Bana Banduki. Ich stehe nun hier mit Sada. Können Sie uns ein bisschen etwas über den angeblichen Kinderwahn erzählen? Was meinen Sie mit angeblich? Den gibt es wirklich. Vor einer Woche erst hat meine Nachbarin eins ihrer Kinder ausgesetzt. Man hat es darin erkannt, dass es frech war, lügte, stillte und sich den Eltern widersetzte. Oh nein, das ist doch schlimm. Aber wie alt war das Kind und wo ist das jetzt? Ich weiß es leider nicht genau, aber ich schätze neun oder zehn. Wo es jetzt ist, davon weiß ich nichts. Ach so, trotzdem vielen Dank für das Interview. Kein Problem. Ich denke, wir haben leider ein kleines Problem. Ich finde meine Zeitmaschine nicht mehr. Ich schalte jetzt meine Studie zu Conny und Lea zurück und suche meine Zeitmaschine währenddessen. Ich bin Conny. Und mein Name ist Lea. Es ist ja nicht das erste Mal, dass Valerie vergisst, wo sie ihre Zeitmaschine geparkt hat. Also haben wir, wie immer, ein paar Fakten vorbereitet. In Europa gab es im Jahr 1450 und 1750 ungefähr 100.000 Hexenprozesse. Da bekamen ungefähr 40.000 bis 50.000 Menschen ums Leben. 20 bis 25 Prozent waren davon Männer. Durch die Hexenprozesse bekam die Kirche Konkurrenz. Die meisten Menschen glaubten eher an die magischen Kräfte von Zauberern als an die Hilfe von Gott. Die Kirche verlor dadurch Einfluss und Macht. Sie waren überzeugt, dass diese magischen Kräfte nur der Teufel verleihen konnte. Unerklärliche Vorkommnisse wurden Zauber zugeschrieben. Wenn zum Beispiel die Ernte nicht gut ausfiel, den Tieren im Stall es nicht gut ginge, erkrankt jemand oder stirbt ein Kind. Ein Dominikaner Mensch veröffentlichte den Hexenhammer. Ein frauenfeindliches Buch, das genau beschreibt, wie man bei dem Verhör oder der Folter vorgehen muss. Es dient den Gerichten lange Zeit als Leitfaden für die Hexenprozesse. Jemand, der verdächtigt wurde, kam vor Gericht und wurde mit grausamen Foltermethoden gefoltert, bis das Geständnis kam, worauf man nicht lange warten musste. Für die Richter war es besonders wichtig für die Nennung von anderen Hexen oder Hexern. Aus diesem Grund hatten die Landesherren immer neue Opfer für Hexenprozesse. Das war's mit unseren Fakten. Wir schalten jetzt zu Valerie zurück und wir hoffen, sie hat ihre Zeitmaschine schon wieder gefunden. Aber wie wir sie kennen, ist sie wahrscheinlich schon an den Weg ins Studio. Das war's mit uns aus dem Studio. Zum Glück habe ich meine Zeitmaschine gefunden. Ich fliege jetzt zurück ins Studio und steige von da aus in meine Teleportationsmaschine. Also bis gleich! Ich stehe jetzt vor einer Schule in Tennessee, wo der Bann von Harry Potter große Sorgen machte. Ich besuche gleich die Bibliothekarin. Ich befinde mich nun in der Bibliothek mit der Bibliothekarin Mrs. Andrews. Guten Tag! Herzlich Willkommen in unserer Schule. Ich hätte da eine Frage. Nur zu. Sie haben Harry Potter Bücher aus der Bibliothek verbannt. Warum? Weil diese Bücher echte Zaubersprüche enthielten und das sei eindeutig zu riskant. Vielen Dank für das kurze Interview. Kein Problem. Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Mein nächster Termin ist bei Frau Professorin Kerstin Schau. Sie erzählt uns etwas über den Aberglauben. Guten Tag Frau Professorin Schau. Kann sie uns etwas über den Aberglauben erzählen? Aber natürlich. In der Antike wurde der Aberglaube von der Religion abgegrenzt. Man empfand Aberglaube als eine übertriebene Religion. Römische Philosophen verwendeten das Wort Supersito für die religiösen Gebräuche der ungebildeten Schichten und der Leute vom Land. Aberglaube hingegen ist einerseits der Kult der falschen Götter und andererseits die falsche Art, Gott zu verehren. In der Reformationszeit bezeichneten die Protestanten die katholischen Gebräuche als aberglaubisch. Sogar Kaiserin Maria Theresia setzte Mitte des 18. Jahrhunderts eine Kommission ein, um ein kaiserlich-königliches Gesetz zur Ausrottung des Aberglaubens sowie zum rationalen Verfahren der kriminalistischen Beurteilung von Magie und Zauberei zu erarbeiten. Vielleicht hatte der Aberglaube eine notwendige soziale und psychologische Funktion. Vielen Dank für das Interview und auf Wiedersehen. Gern geschehen. Auf Wiedersehen. Von mir war es das heute. Aber soweit ich gehört habe, hat das Studio doch noch ein wichtiges Thema. Also bis bald. Tschüss. Da sind wir doch noch einmal. Wir haben nämlich noch ein wichtiges Thema. Und zwar die Hexenverfolgung. In Wirklichkeit kannten sich viele dieser Frauen einfach nur gut aus. Sie wussten zum Beispiel, wie sie Wildkräuter für die Heilung von Krankheiten einsetzen können. Einige haben auch andere Frauen, die schwanger waren, eine Schwangerschaft verhindern wollten oder ein Kind bekamen, beraten. Viele Frauen wurden als Hexe angesehen, weil sie eine besondere Wirkung hatten, einfach anders waren oder sonst irgendwie durch ihre Erscheinung auffiel. Frauen hatten vor allem in den niedrigen Ständen viel weniger Rechte als Männer, galten als weniger intelligent und nicht selten als hysterisch. Vor allem starke, weise, kluge und einflussreiche Frauen passten nicht in das damalige werbliche Rollenbild und wurden gefürchtet. So, das war es jetzt aber wirklich mit Reise durch die Geschichte. Und vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss!